So, Aufnahmeaufnahme läuft. Leute, wir fahren jetzt nach Vohlingen von zu Hause aus los. Ich habe die Kamera jetzt hier dran gemacht und jetzt haben wir einen schönen Lenker und testen mal wie die Fahrt jetzt wird. Viel Spaß! Ein bisschen holprig hier. Der Hund ist hinter uns. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Uhr es ist, aber es der Matson. Ich glaube es ist schon fast halb fünf oder so. Ne, Quatsch. Ich habe 16 Uhr da so ein Dreh rum. So. 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 Jetzt befinden wir uns an der schule. Ich weiß nicht, ob ihr das Schild hier lesen könnt. Haltet das Video kurz an, dann könnt ihr es lesen. Da vorne ist die Schule. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Schule es ist. Hier sind so Wohnblöcke. Genau hier findet sich hinter uns die Schule. Das Kleppern kommt von dem Hund. Genau, jetzt kommt ein Autofahrer. Jetzt kommt wieder ein schönes Schlagloch. Das wackelt gut. So, jetzt fahren wir zur Stemmesäckerstraße hoch. Also hier ist jetzt die Stemmesäckerstraße. Wenn ihr auf Google Maps guckt, die nehmen wir uns in den Kindergarten. Da ist die Schule immer noch. Also Stemmesäckerstraße. Und da geht es steil hoch, Leute. Da geht es steil hoch, Leute. So, ich hoffe, versteht ihr euch mit. Warum steht es hier Verena Straße? Ich weiß es auch nicht. Aber hier steht wieder Stemmesäckerstraße. Alles da. Also, unten war die Verena Straße, genau. So, wir finden uns auf der Stemmesäckerstraße. Eine schöne Tour nach Funningen. Und der Wind heute, der zieht ganz schön heftig auf der Stemmesäckerstraße hier. Ja, ganz schön windig, Leute. Aber es wackelt kaum, Leute. Echt eine super Kamera. Ich bin mal gespannt, wie die Aufnahmen werden. Das sieht jetzt richtig gut auf, den kleinen Bildschirm hier. So, wir haben einen Akku-Prozent verloren. Aber der Akku hätte lange noch so voll aufgeladen worden. So, jetzt kommt da wieder eine Kreuzung. Aber wir fahren weiter auf der Stemmesäckerstraße. Richtung Fulingen. Richtung Moschee und an der Moschee vorbei. Und dann zum Niel rüber. Äh, Kaufland. Anders machen wir mal so eine Kauflandtour mal. Nachjenigen machen wir mal. Super, Leute. Jetzt kommt ein Auto. Ja. Ja, ist gleich uns rein. Spackloch. Eilands rein. Lass, komm. Lass dich langsam an hier. Ah, big job. Da, da ist der Vorsprung. Okay, dann kommt der Auto. Oh, diese Schlaglöcher hier. Highlandswetter. Ich mein, das ist ein Unimokian, he? Wir fahren weiter auf der Stemmesäckerstraße. Wir fahren weiter auf der Stemmesäckerstraße. Oh, das ist die schöne Paloramastraße hier mit den schönen Bergen da vor uns. Hint ihr die Berge da? Ich weiß gar nicht, was es klappt. Das ist der Achalmberg, oder? Mit dem Turm da oben drauf. Ich bin nicht ganz so sicher. Weil der Georgenberg ist hinter uns hier oben. Der Georgenberg, das weiß ich. Soweit ich weiß. Stein, Steinbergstraße biegen wir jetzt ab. Ich bin das richtig geschickt, die ich gelesen habe. Ja, Steinbergstraße ist jetzt hier. So. Mats, kannst du noch, komm? Jetzt kommt doch Mats, he? Bist du halt ein bisschen kaputt? Diebsteige, was? Diebsteige? Okay, Diebsteige. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Ein rostischer Schacht. Ein bisschen Säure reingekippt. Diebsteige. Jetzt kommt eigentlich so ein richtiger Steinerberg. Da muss man drunter fahren. So, was ist denn das Schlagloch? Öööö. Schlagloch hier. Irgendwas schleift da vorne am Schutzblech. Ich weiß nicht genau was. Wir biegen jetzt in die Würzstraße ein. Wir kommen jetzt Treppen. Dann müssen wir jetzt absteigen. Und die Kamera abreißen. Jawohl. Sieht ihr noch alles? Und da rüber kommt. Andere Seite kommt da rüber. Die andere Seite genau da. Nicht immer so viel schütteln. So, jetzt geht der Abgrund ab. Jetzt sieht glaub ich gar nichts, gell? Jetzt sieht er was. Jetzt sieht er was. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht. Ich muss schon mal verlinktrocknen. Ich habe einein... Oder jetzt die Você. Das ist los. Da seht ihr Stadt Reutlingen, Stadt Reutlingen, Landkreis, Landkreis, Reutlingen, also wir sind jetzt in Fullingen insgesamt, was jetzt noch schlecht wird, so ein bisschen weg. Dann wollen wir mal weiterfahren. Umweltzone frei grün, also wir sind immer grün. Der Klauter ist gerast, der Knall ist hier oben. Super, Leute, geschafft. So, sagen wir mal nach hoch, endlich mal. Ist aber auf einem Bootstand, lieber, ist mir zu gefährlich. So, wie ihr jetzt sehen könnt, jetzt sind wir da. Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen. Und rein damit. So, hier ist der Lidl. Lidl. So, hier ist der Lidl. Wie lohnt es sich. Ein paar Lieder, das Wetter ist hier voll. Seht mir das an, hier. Ganz schön vorleise. protege. Ganz schön. Hier ist der Lidl. Da ist der Lidl. So, dann machen wir die Kamera jetzt.